So gewinnst du immer wieder neue Kunden aus deinen alten Leads. Ganz ohne Cold Calling, ohne Social Selling, ohne zusätzliches Werbebudget. Hi, mein Name ist René Joppe und in diesem Video werde ich dir erklären, wie du alte Leads reaktivierst und wieder zu leben erwächst. Wie du mit alten Leads ganz einfach mehr Umsatz machst und das Ganze über einen automatisierten Workflow. Ich werde dir hier Schritt für Schritt erklären, welche Steps sind genau nötig, um deine alten Leads aufzuwärmen, zu qualifizieren und in warme, wirklich gern kaufende Kunden zu verwandeln. Ich werde dir auch zeigen, was sind die vier Game Changer, die du in deinem Marketing berücksichtigen musst, damit genau dieses System funktioniert. Und ich werde dir im Detail unser System vorstellen, wie wir es bei Unternehmen implementieren und womit wir grandiose Ergebnisse machen, so dass du es direkt genau so nachmachen kannst. Ich nehme dich jetzt mit auf meinen Monitor und werde mit dir einmal genau durch diese Präsentation gehen. Die erste Frage, die wir uns stellen müssen, wenn wir alte Leads reaktivieren wollen, ist, warum haben denn die Leads eigentlich nicht sofort gekauft? Denn irgendwann haben sich ja Leads bei dir eingetragen. Sie waren vielleicht in einem Verkaufsgespräch und wurden nicht abgeschlossen. Sie haben sich einen Lead-Magneten heruntergeladen und haben danach keine Bestellung ausgeführt. Sie haben sich für dein Newsletter registriert, aber trotzdem nie sich bei dir gemeldet. Und es gibt ein paar häufige Gründe. Und die häufigsten Gründe sind, dass du zum Beispiel die Probleme deiner Zielkunden nie richtig angesprochen hast oder sie auch gar nicht gelöst hast. Es kann auch sein, dass die Zielgruppe noch nicht ausreichend Vertrauen hat oder nicht jeder ausreichend Vertrauen zu dir hat. Vielleicht hat auch irgendjemand, du selbst, dein Team, irgendjemand hat schlecht verkauft und hat im Verkaufsgespräch versagt. Das passiert. Vielleicht ist es auch nicht ganz glaubwürdig und du hast nicht ausreichend Expertenstatus, um ein bestimmtes Preisniveau kontinuierlich durchzusetzen. Oder schlichtweg dein Angebot ist schlecht oder schlecht im Wettbewerbsvergleich. All das sind Gründe, die dafür sorgen, dass du viele Leads in der Datenbank hast, die aber nicht konvertieren. Und das Entscheidende ist, dass wir, bevor wir uns irgendwie über die ganzen Details in der Tiefe unterhalten, muss erst mal verstehen, dass wir mehr Touchpoints brauchen. Wir brauchen mehr Touchpoints. Mehr Touchpoints löst fast alle Probleme, denn die Menschen brauchen mittlerweile immer mehr Touchpoints, um wirklich warm zu werden. Im B2B brauchen wir im Schnitt 20 Touchpoints, im B2C 14 Touchpoints, bis die große Menge der Leads kaufbereit ist. Das hat damit zu tun, dass wir immer mehr Social-Media-Kanäle haben. Wir leben in einer Welt der Informationsüberflutung. Menschen haben so viele Informationen, dass es ihnen einfach immer schwerer fällt, sich zu entscheiden. Und das müssen wir wissen und berücksichtigen. Gehen wir nun einmal auf die vier Game Changer ein, die du in deinem Marketing berücksichtigen musst, damit das Reaktivieren alter Leads wirklich ein Kinderspiel wird. Die vier Grundthemen sind Nummer eins. Deine Reputation muss kranios sein. Also deine Reputation heißt, die Bewertungen, die ich bei Google finde, bei Trustpilot, bei Proven Expert. Du brauchst Bewertungen im Internet. Ich will Kundenfallbeispiele sehen. Ich will Videotestimonials sehen. Ich will sehen, dass andere Kunden aus der gleichen Zielgruppe zufrieden mit deiner Leistung waren, mit deinem Produkt waren. Das sorgt dafür, dass wir später auch wirklich verkaufen können. Du brauchst eine Relevanz in deiner Botschaft. Die Relevanz in deiner Botschaft erreichst du, indem du segmentierst. Indem du halt nicht alle mit der Gießkanne anschreibst, sondern genau überlegst, welche Kunden brauchen welche Informationen und dir den Aufwand machst, das Ganze zu segmentieren. Dann brauchen wir die Menge der Touchpoints. Wir müssen diesen Tipping Point von 20 Touchpoints irgendwann knacken und das nicht mit irgendwelchen Nachrichten, sondern mit emotionalen Nachrichten, die einen Mehrwert bieten. Die Kernfrage, die du immer beantworten musst für deine Interessenten, ist die Frage, what's in it for me? Was habe ich davon, jetzt deine Werbung zu lesen? Und das musst du mir glaubwürdig und schnell beantworten. Das Ganze hat natürlich mit Copywriting zu tun und mit vielen, vielen anderen Themen, aber es ist die zentrale Botschaft, du brauchst mehr Touchpoints, die hochwertiger sind. Dann schaffst du das Ganze. Wir haben ein System entwickelt, womit wir genau diese Touchpoints und genau diese Struktur sicherstellen. Und wir sind in der Lage, den Umsatz aus den bestehenden Leads innerhalb von nur vier Wochen massiv zu steigern, durchschnittlich um 20%. Das heißt, wir machen 20% mehr Umsatz ohne Cold Calls, ohne Social Selling, ohne Webinare, ohne Ads. Das Ganze funktioniert über diese Schritte. Als allererstes bearbeiten wir dein Angebot. Dein Angebot ist dein Angebot, aber dein Angebot ist auch das zentrale Element in deinem Verkauf. Wenn dein Angebot schlecht ist oder langweilig oder schlecht im Wettbewerbsvergleich, dann kannst du mit deinen Interessenten machen, was du möchtest. Du wirst sie nicht konvertieren. Wir müssen also dein Angebot verändern. Und dein Angebot zu verändern ist der Game Changer im Marketing. Die meisten Unternehmen machen nämlich super unattraktive Angebote und haben deswegen Probleme im Marketing und Vertrieb. Und es gibt eine Formel, um perfekte Angebote zu generieren. Und genau diese Formel erklären wir dir und bringen dir bei, ein perfektes Angebot zu formulieren. Und da helfen wir natürlich auch nicht nur in der wörtlichen Formulierung, sondern auch dabei, das Ganze wirklich so zu machen, dass am Ende so ein Feeling rauskommt, dass jemand sich dumm fühlt, wenn er dein Angebot ablehnt. Im nächsten Step ermitteln wir die Probleme und Wünsche deiner Zielgruppe. Deine Zielgruppe hat unterschiedliche Probleme und unterschiedliche Wünsche. Und das Entscheidende ist, dass wir diese kennen, bevor wir mit irgendetwas im Marketing starten. Wir machen das so, wir machen immer ein Brainstorming und wir ermitteln tatsächlich die 18 häufigsten Bedürfnisse, Probleme, Herausforderungen, Ziele und Wünsche. Die 18 häufigsten. Warum machen wir das? Nun, das perfekte Follow-up, um alte Leads wieder zu reaktivieren, geht über 18 Monate. Warum 18 Monate? Es ist die Zeit, die wir ermittelt haben, die tatsächlich für ein Follow-up absolut sinnvoll ist. Nach 18 Monaten merken wir, dass die Quote der Leads, die wir reaktivieren können, stark sinkt. Aber bis 18 Monate bleibt sie ziemlich konstant. Es macht also Sinn, das Follow-up auf 18 Monate mindestens auszulegen. Dann kriegst du den höchsten Return on Invest aus deinen Leads. Das, was wir hier machen, wir machen also eine Tabelle, wo wir genau ermitteln, was sind die häufigsten Probleme und wir priorisieren mit dir gemeinsam diese Tabelle, um natürlich die Probleme, die häufiger auftreten, die schmerzhafter sind, zuerst zu targetieren. Und dann machen wir Videos dafür. Die Videos, die hierfür erstellt werden, die werden natürlich nicht einfach irgendwie erstellt, sondern hierfür gibt es ganz konkrete Videoschablonen. Diese Videoschablonen entstehen auch nicht aus einer Idee heraus, sondern aus der Praxis, weil wir genau wissen, wie muss ein Video gemacht sein, dass es am Ende deine Interessenten wieder reaktiviert, anteasert, warm macht und dafür sorgt, dass die gerne bei dir kaufen. Und so generierst du Kunden aus deiner Datenbank, die du schon lange verloren hast oder die du schon gar nicht mehr auf dem Schirm hattest. Du kriegst also von uns für diese Videoproduktion eine perfekte Vorgabe. Und wir haben das zusammen mit dem Jonathan Laufer erarbeitet. Der Jonathan Laufer, dem gehört die Agentur Logical Lemon. Und der ist absoluter Experte auf YouTube. Und genau deswegen haben wir mit ihm diese Schablone erarbeitet, die du von uns bekommst, um genau diese Content-Videos zu produzieren. Jetzt haben wir schon mal ein grandioses Angebot. Wir wissen, was deine Zielgruppe wirklich bewegt und wir haben die Videos, die diese Probleme erklären und auflösen. Und dann beginnen wir, eine Kampagne für dich aufzubauen, eine E-Mail-Serie, die natürlich auf dem Problem deiner Kunden basiert und auf dem dazugehörigen Wunsch. Und diese E-Mail ist immer dreiteilig. In dem ersten Teil der E-Mail, also in der ersten E-Mail, die wir versenden, schärfen wir dir das Problembewusstsein. Wir adressieren also das Problem deiner Zielgruppe und wir gehen hier sowohl auf das innere als auch auf das äußere Problem ein. Das Ganze stärkt deinen Expertenstatus und wir verlinken hier natürlich ein hochwertiges Content-Video. In der E-Mail 2, die kurz darauf geht, kurz darauf raus geht, adressieren wir die Wünsche und die Ziele hinter dem Problem. Auch hier machen wir Mut zur Handlung, wir stärken das Vertrauen und wir verlinken wieder Content. Hier in diesen Videos wurde nur zweitrangig gepitcht. Es gibt natürlich einen Mini-Call-to-Action, aber es geht hier nicht darum, etwas direkt zu verkaufen. Wir wollen einen Mehrwert liefern und wir wollen dich als Experte positionieren, damit du alte Leads wieder reaktivierst und sie merken, wow, bei dem Anbieter, da war ich schon mal, aber irgendwie ist das jetzt anders als vorher und jetzt ist es genau der Richtige. Und in der dritten E-Mail schärfen wir das Anbieterbewusstsein. Wir klären die Frage, warum muss ich das jetzt mit dir machen? Das heißt, hier hauen wir alles raus. Wir holen Bewertungen, Case Studies, Zertifizierung, Alleinstellungsmerkmal, USP, also wir machen Call-to-Action auf Termin, wir machen das komplette Programm. Wir pitchen, was das Zeug hält. Warum machen wir das? Weil wir wissen, dass dieser Mensch, der hier die ersten E-Mails konsumiert hat, Interesse hat und das Problem hat und eine Lösung danach sucht. Deswegen pitchen wir. Wenn wir merken, dass die Person die ersten E-Mails nicht konsumiert, pitchen wir nicht, weil wir dann nur Austragung provozieren. So macht man Leads wirklich warm. Was passiert nach der E-Mail-Serie? Nach der E-Mail-Serie haben wir Menschen, die haben direkt bei dir gebucht, direkt einen Termin, die sind Kunde geworden, wunderbar. Wir haben Kunden, wir haben Interessenten in deiner Datenbank, die haben nicht darauf reagiert, okay. Und wir haben eine große Gruppe in der Mitte und die große Gruppe in der Mitte sind die Engageden Leads, Leads, die jetzt wieder warm sind, aber nicht den Termin gebucht haben. Und genau diese Leads legen wir dir auf einem Silbertablett vor und die werden wir telefonisch nachbereiten. Falls du ein Telesales-Team hast, werden wir diese Leads direkt in dein CRM-System einspielen und eine Aktivliste daraus machen, sodass dein Vertrieb diese Leads priorisiert anruft. Du wirst dort absurde Terminquoten fahren. Falls du kein Telesales-Team hast, auch kein Problem. Wir sind in der Lage, eine KI darauf zu trainieren, deine Leads anzurufen. Eine KI telefoniert mit deinen Leads und vereinbart für dich Termine. So funktioniert es. Und dann hast du die Termine. Und genau deswegen haben wir ein Modul entwickelt, wo wir dir helfen, noch einfacher, noch besser zu verkaufen. Das ganze Modul hier ist entstanden mit Tsunet Karatas. Tsunet Karatas ist ein Verkäufer, wie er im Buche steht. Er hat bei allen Großen gelernt und er macht mittlerweile sechs, siebenstellige Beträge im Monat, die er dreht. Er ist ein Wahnsinnsverkäufer. Er hat viele Verkäufer geschult, er hat Verkaufskurse entwickelt, er hat ein Verkaufssystem entwickelt und er hat für uns seine Geheimnisschachtel ganz tief aufgemacht und hat uns genau dieses Material zur Verfügung gestellt, dass wir unseren Kunden jetzt an die Hand geben können, damit sie noch besser verkaufen können. Und was passiert danach? Was passiert nach genau diesem Flow, dass wir das Angebot optimieren, die E-Mails versenden und deine Kunden reaktivieren? Nun, im nächsten Monat machen wir das Gleiche nochmal. Wir werden wieder eine neue E-Mail-Serie generieren, wieder mit Content-Videos und werden wieder etwas verkaufen. Wir generieren wieder eine neue E-Mail-Serie, wieder mit Content-Videos und werden wieder etwas verkaufen. Und das Ganze 18 Monate lang. Das Coole an diesem System ist, dass es nicht nur die aktuellen Leads in deiner Datenbank jetzt über die nächsten 18 Monate durchsiebt und das ganze Gold rausholt. Das wirklich noch coolere an dem System ist, dass du in Zukunft dieses System ja im Hintergrund immer am Laufen hast. Das heißt, wenn du innerhalb dieser 18 Monate neue Leads generierst und das wird ja passieren, dann werden die, wenn sie nicht am Anfang geclosed werden, auch in das System kommen. Du wirst dieses System also kontinuierlich mit neuen Leads füllen und kontinuierlich immer wieder Gold und Geld rausholen. Und das ist das Besondere. Und du kannst ganz einfach mit der Reaktivierung deiner alten Leads starten und das natürlich mit uns zusammen. Wir steigern innerhalb von nur vier Wochen deinen Umsatz und zwar ohne Cold Calls, ohne Social Selling, ohne Ads, ohne SEO, ohne Webinare. Das brauchen wir alles nicht. Wir arbeiten nur mit deinen bestehenden Leads und mit dir. Wir verbessern dein Angebot, wir qualifizieren dich weiter, um bessere Videos zu machen. Wir machen das Copywriting, wir nehmen dir alle Aufgaben ab, die wir nur abnehmen können und setzen für dich ein System auf. Und es gibt eine Sache, die ist ziemlich verrückt. Wir sind so von diesem System überzeugt und wir haben so grandiose Ergebnisse bei unseren Kunden mit diesem System, dass wir dir eine Garantie geben. Eine Garantie, dass du mindestens einen Return on Investment hast. Mindestens einen Return on Investment. Die meisten Kunden steigern ihren Umsatz um 20% und mehr. Es ist nur schwierig, ohne deine Ausgangslage zu kennen, einfach pauschal zu behaupten, wir würden deinen Umsatz um 20% steigern. Das ist nicht seriös. Was wir aber wissen, wir wissen, dass das, was wir machen, sich für dich immer rechnen wird. Und das geben wir dir schriftlich. Wenn dich das Thema interessiert, dann geh jetzt auf autima.de, buch dir deinen persönlichen Beratungsgespräch. Wenn du auf unserer Webseite bist, siehst du hier direkt am Anfang das kostenlose Strategiegespräch. Hier drückst du drauf und dann fragen wir dich ein paar Dinge ab. Wir wollen natürlich wissen, wie heißt du, wir wollen wissen, wie heißt deine Firma, was machst du beruflich, wie viele Kontakte hast du in deiner Datenbank. Und am Ende kommst du direkt zu unserem Online-Terminkalender, kannst dir ein Gespräch buchen, gerne natürlich auch mit mir persönlich, dann lernen wir uns einmal kennen. Und dann kann ich dir auch nochmal die Details in diesem System genau erklären. Ich bin mir sicher, wir werden deine alten Leads alle reaktivieren und ordentlich Gold aus deiner Liste holen, was du schon gar nicht mehr auf dem Schirm hattest. Automatisierung Alles geht wie von allein Marketing Magie